Christian Stahl, Nachschlag Weißwein-Cuvée in der Trinkgut Welling-Edition, weil dieser Wein unser Wein des Jahres 2021 ist. Christian Stahl ist nicht nur ein begnadeter Winzer in Franken, sondern auch noch ein hervorragender Koch. Der hat also ein im Gourmet Mio hochgelobtes Restaurant mit an sein Weingut angeschlossen und produziert neben hervorragenden Weinen auch hervorragendes Essen. Vielen Dank.